Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Portal 2, Folge 7, mal gespannt jetzt, was hier auf uns wartet. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt, war ja doch verdammt warm draußen. Ach, was ist denn hier? Alter! Was geht denn hier? Ja. Alter, was geht denn hier? Ja, schönes Wochenende und gleich so wie Feindsähnlichkeit. Ah ja. Aber ich kenne da wahrscheinlich schlecht. Ah. Ah. He he, bin ich gut. Hallo. Äh. Neh, bin ich mal auf? Halt. Ehe war das. Neue Auflamesession für mich jetzt. Das heißt, ich muss wieder überlegen. Wie das läuft. Hallo. Jetzt muss ich dir gucken. Hä? Warte mal. Ich muss irgendwie Tür hier durchkriegen. Das heißt, wiederum. Die Frage ist. Dann zauber. Hihi. Das geht sogar. Was? So. Okay. Da hatte jemand Geburtstag. Hui. Das war mal ein recht einfach. Vergleichsweise einfacher Start. In die Folge. In die neue Woche. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Wird neue Auflamesession jetzt zu. Ich habe jetzt. Ja. Der Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Was? Dankeschön. Ja, wir haben jetzt knapp einmal nicht gespielt. Ah, ja. Okay. Auf jeden Fall da schon mal. Jetzt müssen wir schon gucken, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Da oben hin kann das sein? Das ist das? Das? Jetzt. Irgendes? So, muss doch mal. Toll. Da. Das wird nichts. Da. Ah. Was ist hier hinten? Nischt. Na gut. Nischt ist nicht gerade viel. Morgen kommt dann die nächste Folge. Let's play together Minecraft mit Chirax HP. Was? Wurde gerade mich echt nur empfehlen. Macht übelst lauten. Was soll ich jetzt tun? Hä? Okay. Tasten. Aber ist Tasten hier? Irgendwie so ein Gefühl von mir. Das ist irgendwie so ein Gefühl von mir. Muss ich hier hin? Auch nicht. Also so richtig klarkommen tue ich gerade nicht. Was ich machen soll. Ganz ehrlich. Was macht das Ding? Warte. Was ist hier hinten? Ach hier hinten muss ich hin. Ach so. Warte mal. Hier ist nischt. Hier ist gar nischt. Was uns da hinführt. Was uns da hinführt. Warte mal. Wir müssen in die Richtung irgendwie. Aber wie. Aber wie soll ich in die Richtung kommen? Ja Portal. Sei auf das. Den Hinweis habe ich auch verstanden. Aber ich habe den Hinweis nicht verstanden wie ich jetzt dahin kommen soll. Das ist gut. Boat mal. Ah! Okay. Okay. Das Problem ist auch nicht, dass ich nicht da bin. Hmm. Auch das Ding öffnet und schließt die Tür. Okay. Das heißt, es muss doch da hin. Jetzt komme ich nicht mehr da drauf. Warte mal. Hier oben kann man doch was machen. Das lässt sich doch bestimmt auch so einrichten. Guck mal was. Mal schauen, ob das klappt, was ich denke. Hmm. Hmm. Jetzt ist da oben. Warte mal. Ah. Hier so. Klappt das? Hmm. Nee. Es klappt nicht so, wie ich da. Na. Vielleicht noch ein Stück weiter nach. Ich glaube, die an sich ist grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Ähm. Ähm. Passt das eher? Dann merke ich mir? Nee. Ja. Wenn ich es dann weg mache. Ich müsste ja auch irgendwie runterstellen. Nur wenn das unterbrochen ist, ist es hier unten. Erstens daneben und zweitens vielleicht so fantastisch aufmachen. Ich bräuchte noch so ein Ding. Ich bräuchte noch so eins. Ah, schön. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Nur wenn es so ist, komme ich da drauf. Problem ist, wenn ich da drauf bin, kann ich alles. Warte mal. Hm. Hm. Was würde passieren, wenn man das so macht? Das ist aber so, dass du dir nicht lenken kannst. Huch. Ey. So. Bringt mir denn das was? Nicht wirklich, gell. Das Ding ist zwar unten, aber... Ja. Gut. So einfacher wie das erste war. So schwieriger wird das hier. Das nervt gerade ein bisschen. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja hinten die Tür offen. Das heißt aber auch nicht, wie ich da hinkomme. Dazu bräuchte ich noch ein zweites. Das ist ja. Das wiederum hieße aber... Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so dumm. Autsch. Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so dumm hier, oder? Das normalisch ist. Ähm. 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 Komm. Jetzt bin ich mal klar und mir das klappt, wie ich es vor hab. Ja. Wir sind irgendwo. Ich wette du denn.. Sie müssen die Ms. Die Spar� vergessen. Falsch. Diese cave older ist die Mondscharung. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren... вопрос! Einmaleuwchen sind? Was kam das zu mir an? Weis? Das mit der Wärme. Heeeerlich sag ich euch. Heeeerlich. Oh, ich habe auch einen Kopf zu brechen in die Zucht geschafft hier. Teil 4. Die Überraschung. Das klingt ja... Überzeugend. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen. Also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Okay. Aaaaaaah. Er trifft mich zu hier. Alter Krabber, Alter. Ach, ich bin ohne schnell. Hui. Komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch. Bitch. So. Was muss ich hier machen? Irgendein... Der Läser da. Jetzt muss ich auch noch gucken. Wo? Was ist das? Geh fort. Ja, doch. Lass mich doch mal umgucken. Was ich hier machen muss. Ja, doch. Der Läser muss da hin. Das ist schwierig. Wirf. 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 Wenn du was майml undercover ist. Sag ich noch. Ruhe. Jetzt mal der Verhaltschlüsselster. Ah, da wollte ich wenigstens da hochkommen. Ah, und da oben ist das mit dem Schall. Aber weißt du was? Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann an. Joa, und zwar am Freitag, euer Robot. Und bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.